Für Nadja ABD-El-Farag lief es lange Zeit überhaupt nicht gut. Zeitweise war sie sogar völlig von der Bildfläche verschwunden. Nun gab sie ein offenes und ehrliches Update. Nadja ADB-El-Farag, sie packt über ihr Verschwinden aus. Vor wenigen Monaten war die Sorge um Nadja ABD-El-Farag, 58, enorm. Zuletzt war bekannt, dass die Ex von Dieter Bohlen, 69, daran arbeitet. Ihr Leben wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Doch dann verschwand Nadl plötzlich spurlos. Via Instagram starteten Bekannte eine Suchaktion. Lange war unklar, was es mit dem Verschwinden der 59-Jährigen auf sich hat. Seit einiger Zeit geht es Nadja ABD-El-Farag aber wieder besser, dank Patricia Blankos, 52, Andreas Ellermann, 58. Der Millionär hilft Nadl seit geraumer Zeit dabei, ihre Karriere als Musikerin wieder voranzutreiben. Kürzlich plauderten die guten Freunde in Ellermanns Video-Podcast Hossa Hossa TV aus dem Nähkästchen. Und die 59-Jährige sprach dabei auch über ihre Auszeit. Nadja ABD-El-Farag, mir ging es halt nicht so dolle. In dem Podcast ging es unter anderem um eine mögliche Teilnahme der beiden an Promi Big Brother. Doch Nadja ABD-El-Farag offenbarte auch, warum sie sich damals aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Der 59-Jährigen ging es eine Zeit nicht besonders gut. Sie verriet, ich habe ein Jahr extra, also freiwillig, nichts gemacht in den Medien. Weil, ich hab danach keine Lust mehr gehabt. Bocklos, lustlos. Mir ging es eben halt nicht so dolle. Mittlerweile sei sie auf dem Weg der Besserung und hätte, zu ihrer großen Freude, sogar zugenommen. Und wer weiß, vielleicht sieht man Nadja ABD-El-Farag ja schon bald wieder im TV. Untertitelung des ZDF, 2020